Ja, schön, dass wir alle noch da sind. In diesem Text versteckt sich jetzt ein Song, den habe ich eingeflochten. Vielleicht kennt ihn jemand. Ich würde mal jetzt ein Bier ausschreiben für die Person, die mir nachher sagen kann, was wir im Song wieder gehört haben. Ja, aber ich glaube, der ist relativ selbsterklang. Was denken sich die Leute mit Namen? Ein Amen, sag ich immer dann, wenn der Name einer Bar was kann. Doch selten huscht es über die Lippen ein Lächeln der Freude zugunsten des hippen Namens, die ich dort oben sehe, wenn ich vor einer deutschen oder luxemburgischen Gaststätte stehe. Ich gehe vorbei und schüttel den Schopf ein paar wirre Gedankenstreifen hier in den Kopf. Was wäre, wenn für alle Läden der Stadt der Bürgermeister nur einen Namen zu vergeben hat? Ba, 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 ba. Wenn es ähnlich wie Schule und die Frau und die Frau ganz agrett, keine Diskriminierung gäbe wie nett, keine Diskriminierung von dummen Geschäften in alten Brauereien, kaputten Geräften. Was wäre, wenn sie alle nur Ba heißen dürfen? Egal ob dort Reiche die Cocktails schlürfen, egal ob dort Rentner am Sonntag volllaufen oder 13-Jährige Koma saufen. In Kauf nehmen würde ich noch eine Zahl, damit man weiß, wo man sich trifft. Noch vorbei werden die Zeiten, wo man Leben meidet, wo der Name schon das Pilz verleidet, ob trinkbar, ob zweibar, ob tanzbar, der Spaß ist hier selten verpflanzbar. Ich gehe ungern rein, man zwingt mich ewig mit mir, da ring ich, ob ich trotz ganz feudalem Schick drinnen heben kann, meinen Blick, um darüber hinwegzusehen, wie es heißt, das Lokal ganz schön dreist. Man sollte die Zahlen, die danach stehen, ziehen durch hübsche Lottofeen, dann käme auch der letzte Wirt davon ab, Bar 666 zu heißen, keiner lacht sich da schlapp. Und alle liegen sich in den Armen in Bar 3, Fußballgocken in Bar 12 ist frei, und wenn man mal richtig feiern will, dann sagt man Bar 90. Ganz leise und still, und alle wissen Bescheid, denn alle sind Namen wie Sansi Bar Leid. Und die Vielfalt, ich guck ja, war immer begrenzt, war nicht da. Doch leider habe ich wenig zu melden, zu sagen, fast nichts. Es gibt andere Helden und jeder verwirklicht sich selbst ein Stück mit einem eigenen Namen ins eigene Glück. Doch wie oft kam er schon vor, man verlor die Laune, die man hatte, denn gut war der Name und so hoch war die Latte. Doch war man erst drin gefangen, nachdem sie schon Geld für Getränke verlangen, dann wurde einem der ganze Strecken gewahr. Und Pa, 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 PA. Man hat so die Lust verloren und Frust ist geboren, man leidet. Und wie sich der Wirt an einem weidet, wie die Spinnen im Netz, es lohnt kein Gehetz der Abend verloren. Ich hoffe, hier bei euch ist heute eine Bewegung geboren. Pa, 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 ba, pa, 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 pa. Vielen Dank. Vielen Dank.